Musik Zum Valentinstag zeigt sich die magische Venus und ein wunderbarer Liebeshimmel geht auf. Und damit grüße ich euch. Die Menschen sehnen sich nach Liebe und an diesem Tag ist die Liebe auch an erster Stelle. Die Sterne schicken uns an diesem Tag pünktlich ein rühriges Omen und das ist die Botschaft der Liebe, ein Zauber des Glücks für Verliebte und Freunde. Unter dem Einfluss der Venus wirst du angenehme Gefühle spüren. Das Leben ist an diesem Tag nicht so grau, wie vielleicht in den letzten Wochen. Alles ist leichter und neuer Optimismus breitet sich aus. Begegnungen sind auf Liebe und Zärtlichkeit ausgerichtet. Der Einfluss der Venus ist magisch. Er verzaubert und reißt dich mit. Neue Wege und Chancen zu neuem Glück machen sich auf. Bereits schon am Montag, den 13. Februar, verbindet sich das Feuer der Venus mit der Klugheit von Merkur. Du fühlst dich beflügelt in deinem unwiderstehlichen Charme. Du kannst spüren, wie eine zarte Berührung dich mit deinem Liebsten verbindet. Aber auch Kollegen, Freunde und Familien rücken zusammen und spüren Zufriedenheit und Glück. Am Dienstag, den 14. Februar, das ist in diesem Jahr, 2017, der wundervolle Valentinstag, fordert die Venus vom Mond die magischen Energien heraus. Und eine friedliche Stimmung breitet sich unter den Menschen aus. Männer und Frauen gehen aufeinander zu und fühlen sich magisch angezogen. Es ist, als würde ein Gefühlsorkan explodieren. Liebenswürdige Sehnsucht nach einer noch nie erlebten Bereitschaft. Nach Wärme, Zärtlichkeit und Nähe erfüllt die Zeit. Die Sterne zeigen dir das absolute Gespür für das richtige Wort und die richtige Geste. Denn dieser Valentinstag ist ein Geschenk der Sterne und gibt dir das, was du brauchst. Nimm dieses Geschenk an. Es ist verpackt in Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Verstehen und Freude. Dieses gilt nicht nur für Liebte, es gilt für jeden von uns. In diesem Sinne wünsche ich euch einen Tag voller Liebe. Eure Dirria Oster Wärme, Zärtlichkeit, Hingabe, Verstehenen und Freude. Vielen Dank.